Ja, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe ehrlich gesagt nur hier einen Schritt gemacht und bin direkt wieder angegriffen von Super Mutanten. Aber um die kann sich strong kümmern. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen lieber zu Dingens kommen. Und jetzt komme ich hier wieder an die Wand, ne? Ich komme schon wieder an der Wand vorbei. Ich komme schon wieder hier vorbei. Wie komme ich da hin? Ja, Leute. Wie ich mit Dr. Amari? Ja. Wenn ich da irgendwie hinkomme. Wie komme ich da hin? Das kann doch nicht wahr sein. Na, weißt du was? Wir gehen mal irgendwo anders hin. Geh mal zum Outcome Bookstore. Aber vielleicht bin ich einfach in die falsche Ecke, um da irgendwie hinzukommen. Deswegen komme ich von der anderen Seite irgendwo. Weil ich kann mir nicht vorstellen, die hat es so schwer gemacht haben, zu erreichen. Ja, hier gibt es doch einfach nicht. Ich muss da irgendwie einen normalen, menschlichen Weg gehen, wie ich darüber komme. So, 63. sind wir jetzt entfernt. Jetzt gehen wir hier lang. Gerade auch so hoffentlich und erreichen das. Da bin ich zufrieden. Jetzt sieht es doch schon verdammt richtig aus. Ja, hier waren wir doch schon mal sogar. Ja, hier standen wir schon mal vor. Eine Stadt, ja. Und das klingt wie eine Stadt. Oder Siedlung. Die Stadt kann ich eigentlich hier nicht sagen. In dem Spiel gibt es eigentlich nur Siedlungen. Und ja. Ich glaube, die Siedlung steht auch da. Ja, bei der Siedlung teilen sich die Ressourcen. Hi, seid ihr freundlich? Ja, okay. Hey, warte. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Äh, verpiss ich. Wenn es keine, halt mir dumme Arschlöcher vom Leibversicherung ist, habe ich kein Interesse. Sei doch nicht so. Ich glaube, dir wird mein Angelegenheit wenn mir auch eine Kreditkarte aufheißen willst, ne? Ist mir alles, was in der Tat gefallen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige... Ich weiß doch, wie letztes Mal mir jemand gesagt hat, ich soll alles abgeben. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. So musstest du sowas machen. Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Äh. Du hast ihn getötet. Deine Augen funktionieren schon mal. Ich glaube, du wirst gut hierher passen. Good Neighbor ist aus dem Volk. Für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ah, okay. Good Neighbor? So heißt er auch hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nicht in Ruhe sind. Ja, das ist also das Underworld von V104, ne? Wenn du schon genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dann zu Hause kommen. So heißt er auch so ein cooles Städtchen in V103, was? Wer hier das Sagen hat. Okay. Da ist eine von diesen eisernen Jungfrauen als Verhaarenheit. Entschuldigung? Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ich habe zum Glück nicht wehen, du willst. Wer... Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Äh... Irgendwas stimmt mit dir nicht. Muss an den Dämpfen der ganzen tödlichen Waffen liegen, die ich verkaufe. Also willst du heute was mitnehmen? Okay. Ja, ich schau mal, was du hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Okay. Okay, was hast du denn? Hast du irgendwelche einzigartigen Sachen? Partystarter. Raketenwerfer. Geil. 8000. Versuch 50% mehr Schaden gegen Menschen. Ja. Warte mal. Erstmal Kleidung. Vernichter. Beinschiene rechts. What? What? Vernichter. Brustteil. 15.000. Wir können jetzt schon so schnell wieder eine Sache, meine Black Ops-Rüstung hier übertrumpfen, aber das ist teuer alles, ey. Ah, den Raketenwerfer möchte ich haben. Wie viele Sachen kann ich mir erstmal verkaufen? Stange Zigaretten, Vorkrieg, Geld. Geh mir 220. Boah. Auf einen Handel abbrechen, ja. Ähm, warte mal. Dann müssen wir unsere Händlerkleidung wieder anziehen. Dann sagen die sich direkt, boah, ja, für den tue ich jetzt nicht so viel. Gut. Ein einzig andere, okay, wer verfehlt mir noch. Ich habe die ganze Zeit normalen hier verbessert. Das heißt, ich kann die ganzen Woffen nochmal, äh, die ganzen Motsen nochmal umstellen. Na, wie viel kostet das jetzt? 8.000, das könnte ich mir sogar leisten. Ähm. Finde ich da Beinschiene rechts. Warum nicht links? Ich habe eine beschissene... Ach. Okay, Planänderung. Wir holen uns erstmal die Beinschiene. Vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger, da ist er genau das gleiche. Guck mal, rechts Bein, rechts Bein, ne. Gucken wir, die Vernichterbeinschiene hier. Weil meine ist, Moment, für ein A. So, oh. Nein. Die Karawandaten hier. Den Ordner, den brauche ich nicht. Gebt mir gar nichts, egal. So, dann muss ich erstmal alles verkaufen, was ich habe. Goldohr. Schachtelzigaretten. Stangezigaretten und mein Vorkriegsgeld, dass ich nicht aus der Bank geklaut habe. So, dann habe ich noch, glaube ich, ein paar Waffen. Kommen weg. Nimm die mal weg. Nimm die mal das hier. Und ja. So, das kam weg. Ne, das hat linke Bein verdammt. Warte mal. Was treffe ich denn dann im Rechtsbein? Das hier. Ja, so ein 10%. Halt, halt, halt. Hm, schwierig. Ja, komm, ja. Erstmal Verteidigung ist wichtiger. Diesen Spielstand hier. Ich weiß, es ist jetzt gerade sehr langweilig, weil ich ja mache, aber... Ich meine Sachen brauche ich immer nicht. Stealth Boys benutzt sowieso nicht. Habe ich, glaube ich, noch... Ah ja, die habe ich off-skin gefunden in Concord, in irgendeiner Hütte. Weil mir auf jeden Ding hier irgendwie zwei Bonus gibt. Auf jeden Startswert. Sag mal, voll übertrieben. Weg damit. Ja. Nur 3.300. Oh. Jetzt brauche ich Geld. Jetzt brauche ich echt Geld. Weil ich will den Rest hier auch noch kriegen. Ich muss jetzt irgendwie noch 10.000 Sachen oder so. Warte mal. Rechtsbein. Ah, da habe ich gerade erst aufgesammelt, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, schien mein schoner, linker Arm, rechter Arm. Und wenn ich da bein schiene rechts, ja. 27 und linkes Bein. Ich muss mal gleich an der Werkbank gucken, ob... Upsala. Das alles noch. Ich möchte die Laufgeschwindigkeit um 10%. Das ist eigentlich der gleiche, wie das hier, ne? Gleiche Effekt. Ja, 10 Schadensresistenz, aber dazu bekommen, der Saubert. Warte mal, da kann ich ja mal in den Verkauf. Okay. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Baby. Okay, Baby. Oh nein, ich habe ein Wort. Zugang gar nicht angezogen. Ja, meine Black Ops-Sachen wurden schon überpowert. Direkt. Dann kann ich es wieder geben. Aber habe ich nicht schon mal mit Vernichter irgendwie. Ne, Zerstörer, Vernichter. Ah, ja. Okay, meine Black Ops-Sachen will ich aber nicht verkaufen. Könnte ich vielleicht jemand anderen auch geben, irgendwann. So, ich muss jetzt noch mein Unterhämlchen anziehen. Mehr oder weniger. So, Sonnenbrille. Und... Ja. Jetzt sehe ich wieder toll aus. So. Auf den Schwierigkeiten, glaube ich, muss ich mal auf Verteilung als auf Angriff gehen. Den Raketenwerfer kann ich mir hoffentlich noch irgendwann holen. Ich hoffe, ja, die Siedlung stellt sich nicht irgendwann gegen mich. Hm, der Railroad anschließen. Das haben wir doch, glaube ich, schon. Wach auf, Kammer Noir. Die Sieds sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ich brauche mal eine Rüstungswerkbank, um zu gucken, ob ich meine Dings verbessern kann. Aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denk, fühlende und treuende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren Tönern. Ja, hier sehe ich, was geht. Ich kenne deine Hand schon, ja. So, sag mal. Ich kann sie sogar noch weiter aufbauen. Ich lege mich noch an. Ja, das ist schon heftig. Was macht geschützt? Der riziert Fallschirm. Ja, das ist auch sehr gut, danke. Was heißt, das Ding kann sogar noch besser werden, als es schon ist? Wie sieht es überhaupt aus? Rechtsbein, rechtsbein. Ja. Auf jeden Fall gepanzert, Datei. Sehr gut. Jetzt brauche ich Geld. So 8.000, irgendwie was. Irgendwie so was. Gott. Dann weiter. Was auch immer wir hier machen müssen. Müsste Nick nicht irgendwo hier sein eigentlich, hat er nicht gesagt, er wartet hier auf uns. Glaube ich jedenfalls. Schon ein bisschen her seit ich das hier, das deutlich nicht weitergemacht habe, weil es das hier einfach zur Tür. Okay. Stimme, stelle ich jetzt nicht im Weg, Strong. Lagerhaus. Hm. Third Rail. Wie er, wie er sie hier voll überwacht. So. So. Ich suche jetzt Nick hier die ganze Zeit. Äh. Nick. Okay. Ja, gehen wir erstmal weiter. Warte mal, was? Das ist mir doch gerade gesagt. Ich soll da rein. Ach so, da rein. Den ganzen Kammern reden wir später. Die Höhle der Erinnerungen. Okay. Wie ist die nochmal? Nick, ich hoffe, du bist hier drin, ey. Und ich brauche Geld, ich brauche Geld, ey. Wahrscheinlich nach der Aufnahme hier ein bisschen ein paar Kronkorken hier umdrehen. Und zwar wo sie versuchten, wieder ein bisschen Geld reinzubekommen. Ah. Was ist hier los? Hm, Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Okay. Das ist ja mal eine sehr bestückte Frau, sag ich mal ab. Aber wenn sie es dann hier, dann müssen wir bestimmt rein, ne? Ich sehe doch immer hier in den Ladebildschirmen, da ist so ein Teil abgebildet und dann heißt es einfach nur, befreie deinen Geist. Also ja, da muss ich bestimmt irgendwie rein. Hey, ist selber schraubt. Ja, äh, was war das nochmal? Okay, weiter. Nick, was geht? Hey, Valentine. Sprechen wir mit Amari. Okay. Gehen wir eben zu dritt da rein. Da gibt es sich immer eine Erdröhnung hier. Da sprechen wir einen später. Oder sprechen wir mit der jetzt, weil sie nicht lassen hat. Gucken wir uns erstmal hier um. Patronen. Hier haben wir das Terminal-Passwort. Okay. Nehmen wir das. Warum nicht? Hey, ich habe nicht ein Passwort. Okay, Nick, wie geht's? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Willst du nicht mal Hallo sagen? Ich habe dich vermisst. Doktor Amari? Ja, warte mal. Du bist in der Railroad. Um was geht es? Äh. Äh, Nick erklären lassen. Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerung graben. Ich habe sowieso keine Ahnung mehr, weswegen ich hier bin. Ach ja, wir wollen dann klieren von dem irgendwie. Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Eigentlich wurde die Leiche schon geschändet. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Äh, ja. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal, das ist der Hypokalist. Ich habe mich schon gewundert, was das die ganze Zeit ist. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Instituts-Technologie immer ähnlich aufgebaut. Hm. Das Gehirn ist also noch in Ordnung. Warte, den Blick reintritt. Es gibt keine Anzeichen von Zersetzung. Also schützt das Interface wohl das Gewebe. Es hält es mit irgendeiner Verbindung stabil. Ohne kompatiblem Port können wir aber nicht auf die Erinnerungen zugreifen. Du redest über mich? Ich bin ein alter Sünd. Falls das Institut mich aus ähnlichen Teilen gebaut hat, könnte es klappen. Es könnte langfristige Nebenwirkungen geben. Von den Risiken ganz zu schweigen. Mir egal. Muss ich nicht hören. Stapse mich ein. Hm. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter zahnloser Söldner, zieh mich raus. Okay? Es geht los. Du musst weiter weg. Also. Das Holobahn spielt Grocknackter Barbar. Das ist cool. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze. Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Wird Nick das überstehen? Die Verbindungen scheinen stabil zu sein. Hoffentlich können wir das Implantat hinterher einfach abstöpseln. Das löst aber nicht unser Problem. Die Erinnerungsverschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir sind wohl nicht so stark. Und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host. Und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Oh Gott. Äh. Nick und ich in einem einzigen Geist? Ich sehe ihn dann aber nicht in kompromittierenden Positionen, oder? Könnten wir alle Probleme mit klugen Sprüchen lösen? Hätten wir deinen Sohn schon gefunden? Äh, nein. Keine Sorge. Die einzigen Erinnerungen, auf die du zugreifst, sind die im Implantat. Äh. Ich bin noch nicht bereit, Doc. Okay, aber Mr. Valentine bleibt hier, bis du bereit bist. Er darf sich mit dem angeschlossenen Implantat nicht bewegen. Okay. Ich möchte erstmal auskognieren, meine ganzen Sachen erstmal einlagern und so. Nick, ich kann spüren, wie das Implantat rumort. Deswegen werde ich erstmal jeden Cent hier natürlich umdrehen. Hier bekommen Korken. Aber der kann jetzt erstmal machen. Ich werde alles nach dieser Aufnahme machen. Deswegen, wie das am Ende rot wird, wenn ich das nehme. Wir Schmacker sind wohl wirklich verschieden. Mitmischte ich jetzt in meinen Sachen, nein, du bist gerade nicht Mitglied des Teams. Ja, ne, technische Dokumente kann ich aber abgeben. So, ich komme gleich zurück, Nick, ne. Chill mal da eine Runde. So, ich weiß nicht, was ich nur den Rest des Parts machen soll, außer verkaufen. Das ist ja nicht interessanter, kann ich auch's mir machen. Ähm, dann reisen wir mal ganz schnell zu Prit-Wenn und geben die technischen Dokumente ab. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kronkorken die geben, aber die müssen ja auch mal irgendwann aus meinem Inventar verschwinden. Und ich hab bestimmt so 30 Stück oder so mittlerweile. So. Ich würde sagen, machen wir das nur im letzten Part. Und... Prit-Wenn, 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 Prit-Wenn. Und dann war's dann auch für diesen Part erstmal. Und ich hoffe, es passiert nichts mit Nick. Wenn, solange ich hier weg bin oder so. Und ja, ich bin schon mal mit Strong bei der Bruderschaft reingegangen. Und... Die sagen nix. Also, die sind cool damit, dass ich mit einem Super-Mutanten... Also, das, was die töten. Im Normalfall, äh... Damit sie nicht zufrieden. Also, macht denen nix. Ach, jetzt. Die haben halt schon wieder eine Siedlung hier rum. Da denke nur, rech in der Regel eigentlich. Vor allem, die Siedlung verschwindet da nicht. Die, äh, verliert, glaub ich, nur an Moral oder so. Oder tut die verschwinden? Ich weiß ja, ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls helfe ich denen in der Regel nicht. Werden das schon überleben. So, jetzt muss ich noch den technischen Dokumententypen finden. Vielleicht verkaufe ich noch die paar Sachen, die ich jetzt bekommen hab. Geldmäßig. An diesen Händler hier. Und dann gehe ich nochmal nach Hause und gucke, ob ich da meine Dings aufbauen kann. Meine neue Rüstung, die ich gekauft habe. Der Termin wird ihnen noch mitgeteilt. Ja, du bist da, ne? Ah, Ritter. Hast du vielleicht... Ich habe technische Dokumente für dich und auch noch wunderbar erhalten. Hervorragende Arbeit. Oh, es geben mir 5.600, okay. Denk dran, das kommen wird durch Suche jedes Gebäude. Ja, okay. Ist jetzt nicht viel, aber er ist auch relativ... Das ist nicht relativ wenig, finde ich. Hei, Danze. Meine Mission anverdammt. Ich habe die immer noch hier, meine Dinge. Ja, du. Ich hätte auch noch extra Arbeit. Warte mal. Ich muss mich wieder umkleiden. Wunsch und Brüder, ja. Vergessen wir, dass ich jetzt nicht mehr zurück habe. Ich wollte zu mir. Ich brauche was mit Feuerkraft. Gerade sind ein paar. So, dann... Guck mal. Habe ich irgendwas noch? Nur das hier? Ich dachte, ich hätte mehr aufgesammelt noch. Ja, buffaut und so, ne? So, dann werde ich versuchen noch, ja, nicht. Weil ich versuche noch ein bisschen Cent hier umzudrehen, um neue anderen Sachen zu kaufen und dann, um zu sagen, werde ich den Partner hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich allherzig fürs Zuschauen und sag, tschüss. Bis zur nächsten Folge.